Literatur digital erforschen mit Vortext Der Schriftsteller Christoph Martin Wieland und die Autorin Sophila Roche. Obwohl ihre einstige Verlobung nicht von Dauer war, standen sie sich Zeit ihres Lebens sehr nahe. Heute wollen wir der Frage nachgehen, ob sich ihre Verbindung auch in ihrer Literatur widerspiegelt. Mit der digitalen Methode Destillometrie schauen wir, ob ihre Werke sich ähneln. Eine erste Cluster-Analyse, in der wir neben den beiden auch ihre Zeitgenossen betrachten, scheint tatsächlich eine Ähnlichkeit zu zeigen. Beide Autoren fallen hier in einen Cluster. In weiteren Analysen bildet Wieland allerdings immer ein eigenes Cluster. Dieses Phänomen bleibt auch in anderen Analysen konstant. Hier haben wir die Analyse mehrfach durchführen lassen und uns dann in den Visualisierungen jeweils nur die stärksten Phänomene anzeigen lassen. Dabei ist uns noch ein anderes, sehr konstantes Phänomen aufgefallen. Sophila Roche clustert nämlich immer mit Therese Huber und Benedikte Naubert zusammen. Vielleicht ein Hinweis auf ein feminines Schreiben dieser Zeit. Aber Moment, wie kommt es denn zu diesen Visualisierungen? Wie liest denn unser Computer? Nun, er betrachtet einen Text nicht als Buch oder gar Literatur, sondern sieht darin erst einmal eine Ansammlung von Wörtern, die in einer bestimmten Frequenz auftreten. Und das ist ein bisschen so, als würdest du dein Geld zählen, indem du es erst einmal nach Münzen sortierst, die du dann auszählst. Wie du anfangs schon gesehen hast, betrachtet der Computer aber nicht ein Buch, sondern viele. In unserer Fallstudie waren es 39. Und das Ergebnis sieht dann so aus. Es wird eine Tabelle erstellt, in der die häufigsten Wörter aufgelistet sind, die einzelnen Romane oder Texte nach Titeln und für jedes Wort in diesem Text eine relative Häufigkeit angegeben. Und dann erkennt der Computer Wortfrequenzmuster. Ähnlichkeit bedeutet also ein ähnliches Wortfrequenzmuster in einem Text. Hat ein Text ein sehr anderes Wortfrequenzmuster, dann ist er weniger ähnlich. Auf Basis dieser Analysen werden Cluster erstellt. Ähnliche Wortfrequenzmuster fallen in ein Cluster und Texte, die ein sehr eigenes Wortfrequenzmuster haben, kommen in ein anderes Cluster. Sehr häufig zeigt sich dabei, dass Texte eines Autoren oder einer Autorin in ein Cluster fallen und die Texte eines anderen Autoren in ein anderes. Aber beweisen unsere Analysen denn nun, dass Wieland und La Roche nicht doch auch literarisch verbunden waren? Nicht ganz, denn wir haben noch eine Analyseform angefangen, und zwar Rolling Delta, was uns solche Grafiken gibt. Auf der horizontalen Achse wird hier ein Basistext angezeigt, von Wort Null bis zum letzten Wort. An der vertikalen zeigt sich das Distanzmaß Delta, also der Abstand, und hier oben sind die Vergleichstexte angegeben. Grün steht hier für Wieland, blau für La Roche. In dieser Visualisierung, in der die Basislinie übrigens als Fräulein von Sternheim ist, zeigen sich drei interessante Punkte. Hier vorne haben wir einen Vergleichspunkt, nämlich das Vorwort von Wieland zu La Roches Roman. Ziemlich klar also, warum die grünen Linien hier näher an der Basislinie sind als die blauen, denn der Anfangstext stammt aus Wielands Feder. Verwunderlich sind aber zwei Punkte weiter hinten, an denen die grünen Linien der Basislinie beinahe näher kommen als die blauen. Wir haben dazu noch eine Vergleichsanalyse gemacht, in der wir einfach an das Fräulein von Sternheim noch einen Wieland-Text geklebt haben. Hier vorne wieder das Vorwort von Wieland, hier die beiden Stellen, die uns aufgefallen sind. Was in dieser Visualisierung noch interessant ist, ist der enge Zwischenraum, der zwischen den La Roche und den Wieland-Linien hier auf dieser Seite liegt. Das steht im Gegensatz zu dem, was sich auf der Seite zeigt, auf der Wieland die Basislinie bildet. Und dann gibt es ja auch noch diese Passage, in der die La Roche-Linien der Basislinie relativ zu den Wieland-Linien nahe kommen. Die beiden Textpassagen und die enge auf der linken Seite zeigen deutlich, dass Wieland literarischen Einfluss auf La Roche hatte. Andersrum war das wohl eher nicht oder eher selten der Fall. Aber vielleicht findest du ja auch ganz andere Interpretationen, wenn du die Methode der digitalen Stilometrie einmal selbst anwendest. Bereit für deine digitale Literaturanalyse? Dann informiere dich weiter auf vortext.net oder schau auf unserem Kanal nach mehr Tutorial-Videos und Fallstudien. Damit ist dein Willi- 1946-2012-212-212-�².